Hu, ich bin Manuela Starkmann und du bist bei meinem Podcast Lebe Deine Klarheit. Heute geht es mir um Selbstheilung. Selbstheilung ist was total Feines. Ich möchte dazu vielschichtig etwas zu meinen vier Worten am Ende eines Podcasts sagen. Da sage ich, Dein Guide und Healer. So, Achtung, ganz viel Subtext. Healer ist ein englisches Wort. Deutsch Heiler, in meinem Fall Frau, Heilerin. Warum nehme ich das Wort Healer? Also auf Deutsch Heiler gefällt mir nicht, weil es klingt ja so, als könnte ich jemanden heilen. Und um es mal gleich ganz klar zu sagen, nein, kann ich nicht, kann im Übrigen niemand. Heilerin ist ja das Gleiche, einfach nur feminin ausgedrückt. Wo ich auch sage, ich brauche das nicht, Heilerin. Ich glaube nicht, dass es mir schon jemals gedient hat und ich glaube auch nicht anderen Frauen im Bereich Gleichberechtigung und Gerechtigkeit, dass wir jetzt überall ein Schrägstrich in mit bei haben. Handlungen wären mir da viel lieber, die der Gleichberechtigung und Gerechtigkeit dienen, als ein Sternchen in. Ja, und ob jetzt Heiler oder Heilerin, es ist für mich so, dass kein Mensch einen anderen heilen kann. So, und warum dann Englisch? Damit ich wirklich auch dieser, dieser, ja, diesen Inhalt aus diesem Wort, dieser Suggestion in Heiler, Heilerin ein bisschen entkomme und tatsächlich auch diesen maskulinen, femininen, der Heiler, die Heilerin. Heiler, gefällt mir. Je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr mag ich sogar Medium, weil tatsächlich, wenn überhaupt, durch einen guten Heiler Kraft durchgeht. Und da kommen wir auch schon jetzt nach dieser Erklärung. Worte sind wichtig, echt. Es ist wichtig, was jemand meint, auch um Missverständnisse zu vermeiden. So, jetzt muss ich mal einen Moment was trinken. Im Übrigen bin ich neuerdings auf Wasser mit Aperitivessig gekommen. Ich dachte erst mal, ach herrje. Habe aber kurz vorher den Impuls bekommen, was passiert, wenn man jeden Tag Apfelessig trinkt. Und dachte mir, jetzt probiere ich mal den Aperitivessig. Und ich kann dir sagen, spannender Geschmack. Ich habe hier jetzt einen Himbeer-Aperitivessig. Ich finde es klasse. Achtung, nur wenig reingeben, weil Wasser zutun kann man immer noch, aber die Menge macht es. So, also, die Ausgangslage, warum ich jetzt Healer erklärt habe, ist, als Botschaft, den Subtext fusselst du dir dann selber raus. Niemand kann dich heilen. Es gibt nur Selbstheilung. Und natürlich gibt es Helfende, nenne ich es jetzt einfach mal, die deine Selbstheilung unterstützen. Also Beispiel. Ich wünsche es dir nicht, ist ein Beispiel. Du hast einen Blinddarmdurchbruch und natürlich gehst du dann zu einem Arzt. Zu einem guten Arzt, zu einer guten Klinik. Und in dem Fall, ja, lässt du dich operieren. Natürlich. Und das, was da passiert ist, ist für mich aber nicht heilend, sondern helfend. Denn ich hoffe, dass du in dem Moment, wo du aus der Narkose aufwachst und es dir hoffentlich halbwegs gut geht und du ganz viel Decken bekommst, dass du nicht so frieren musst, dass du in die Selbstheilung kommst. Zum Beispiel, weil du ganz naturgemäß jetzt erst mal schläfst. Oder wie es meine Oma sagte, ruhst, ausruhen, Ruhe haben. Vielleicht war es in der letzten Zeit zu viel Druck. Vielleicht hast du in dein imaginäres Aufgabensäckchen zu viel hineingetan und dann ist es irgendwann gerissen. So macht übrigens jede Form von Krankheit ihren Sinn und gibt ihre Botschaft, ihren Hinweis. Naja, und während du schläfst und ruhst, wirst du wahrscheinlich wenig essen. Automatisch fasten. Und wenn du wieder das Essen beginnst, wirst du wahrscheinlich einen speziellen Appetit auf etwas haben. Also ich weiß noch, als ich von einer Operation wieder genesen bin, habe ich auch die ersten paar Tage mehrfach am Tag Kartoffelbrei gegessen. Ich meine jetzt nicht den aus der Packung, wo irgendeine Scheiße drin ist. Ich meine Kartoffeln kochen, schälen und dann in der Tat mit viel Butter, in meinem Fall die Alsan Bio, zusammenmatschen zu einem wundervoll köstlichen, ja, und auch ein bisschen fettigen Brei mit Himalaya-Salz. Und ich glaube, ich habe zwischen zwei und dreimal am Tag frisch gekochte, frisch gekochtes Kartoffelpüree gegessen. Und so wie das war, so war das auch irgendwann wieder rum. Das kennst du bestimmt, wenn man so Appetit auf irgendwas hat und das muss es sein, das und nichts anderes. Ja, und während du langsam wieder beginnst zu essen und vielleicht auch ein bisschen weniger zu schlafen, sondern eher wach bist, hoffentlich in dieser Wachzeit nicht an deinem Handy rumschiebst oder in den Fernseher schaust, sondern liest dich mit Menschen austauscht, 38 Löcher vor dich in die Luft starrst, gehen deine Gedanken und deine Gefühle so rum. Und dann überlegst du vielleicht auch, warum gerade Blinder, warum nicht irgendwas anderes? Ich habe ja genügend Themen und Organe und Möglichkeiten in meinem Körper. Und während du einerseits total dankbar bist, dass ein gutes Ärzteteam deinen Blinddarm wieder passend genäht hat und darüber hinaus freundliche, achtsame Krankenschwestern und Pfleger sich um dich sorgen und dir helfen ebenfalls beim Heilen. Weißt du, vielleicht das richtige Buch zufällig, ne, Kicher, in die Hände bekommen oder von meinem Podcast hören. Oder anderes bekommen, wo du sagst, oh, da schaue ich mal hin, da mache ich mal, so nenne ich das, eine geistige Inventur. Da gucke ich mal, weil ich habe in der letzten Zeit immer gemerkt, dass es mir zu viel und zu voll wird, so zum Beispiel das imaginäre Säckchen, weil ich nicht Nein sagen kann, was ich ändern will. Und siehst du, ich möchte das Beispiel jetzt hier echt zu Ende führen, das ist eine Form von Selbstheilung. Und die Helfer, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Familie, Freunde und vielleicht darf ich auch einer der Helfer sein, die dienen dir für deine Selbstheilung. Und in der Summe, meine Oma sagte, 100 Pfennig machen auch eine Mark, ist es auch ganz wertvoll, was sie tun. Und das bringt auch, finde ich, wieder ein bodenständiges Betrachten unserer aktuellen Medizin rein. Es sind alles Helfer, alles sind aus meiner Sicht auf Augenhöhe. Der Arzt ist nicht besser oder schlechter als die Krankenschwester oder der Pfleger. Jeder hat seine Fähigkeiten und Gaben. Ich erinnere mich noch an eine Krankenschwester, die leider erst vier Tage nach meiner Operation das erste Mal Dienst hatte. Ich habe so ihr gesagt, ich hätte mir so gewünscht, dass sie am ersten Tag schon da waren. Die war so lieb, das war eine Freude, wenn sie ins Zimmer reingekommen ist. Die ist mir jetzt, ach Gott, viele Jahre später immer noch in Erinnerung als jemand, der mir Funkeln in den Raum gebracht hat. Also was will ich dir sagen? Es gibt keine Heiler oder Heilerin. Es gibt Helfer. Und das ist nicht wenig wert, das ist viel wert. Und diese Helfer haben entweder ein großes Wissen und oder ein großes Herz. Ideal beides. Und als Teil der Mark nehmen sie den Raum von einem bis mehreren Pfennigen ein. Doch die Summe, die machst du. Und du wirst der sein, der sich in seiner geistigen Inventur entscheidet, was er in seinem Leben haben möchte, was er verändern möchte und was raus soll. Weiße Menschen nehmen das, was wir heutzutage Krankheit nehmen, als sozusagen Hinweisschild für, wo soll es denn ab sofort lang gehen. Und dann hadern sie auch nicht so sehr mit ihrer Krankheit oder sich selbst oder mit anderen, sondern, juhu, auch das ist eine Übung der Selbstheilung, sie hadern insgesamt immer weniger. Sondern sie wenden sich der Fülle zu, den guten Gedanken zu sich selbst, der Selbstliebe. Dein Körper bekommt folglich etwas, das wir Krankheit nennen. Und demzufolge, schau nicht, dass der Auswirkung geholfen wird. Natürlich beim Blinddarmdurchbruch schon. Aber dass die Ursache wirklich geheilt wird. Und das kann dir keiner abnehmen. Das finde ich auch übrigens wunderschön. Du wärst doch gar nicht glücklich, wenn du zu einem Arzt gehen würdest und der sagt jetzt so, hier haben wir hier eine lila, blassblau karierte Pille und wenn sie die nehmen, dann sind sie geheilt. Wäre das echt schön? Nee, oder? Ich glaube, es macht doch viel mehr Spaß zu sagen, ich darf aus dieser Fülle der Lebenserfahrung schöpfen, mich weiterentwickeln und dabei selbst heilen. Wenn dich das interessiert nebenbei erwähnt, dann komm zu meinem Event Spiritualität und Selbstheilung. Je nachdem, wann du den Podcast hörst, der nächste findet am 31. März 2019 statt. Und ansonsten meldest du dich einfach, was dich interessiert, dann mache ich da gerne wieder mal einen Podcast drüber. Denk dran, Podcast teilen, abonnieren, Feedback geben und dir selbst viel mehr Vertrauen. Und dafür wünsche ich dir alles Liebe, Gesundheit und Frieden. Dein Guide und Healer, Manuela Starkmann. Lebe deine Klarheit. Bye. Vielen Dank.